Herzlich willkommen Konstantin Güricke. Konstantin, du bist Mitgründer von verschiedenen Companies gewesen. Das spektakulärste war wohl LinkedIn. Da bist du jetzt schon eine Weile raus. Warst dann danach aktiv mit Jackster und bist ein Deutscher, der im Valley lebt, also ein Deutscher in den USA. Generell die Einstiegsfrage, die ich mir einfach nicht verkneifen kann, kriegen die Amerikaner nicht Angst, dass du, wenn sie merken, dass du aus Deutschland bist, dass du ihnen die Ideen klaust, nach Deutschland bringst und hier ein Copycat aufmachst? Nee, das ist in den USA eigentlich, wie gesagt, dieses ganze Thema ist, klar, man hat immer, amerikanische Firmen sind häufig sehr überrascht, dass wenn sie zwei, drei Jahre im Business sind und dann sagen, jetzt expandieren wir international, dass es dann häufig sehr ähnliche Sachen schon gerade in Deutschland und auch in Europa gibt. Aber allgemein, gerade bei Silicon Valley eine Sache, die ich super finde, dass niemand so seine Ideen versucht zu schützen und ich denke, alles ist irgendwie kopiert. Man lässt sich immer inspirieren. Selbst im Valley dann? Selbst im Valley, ja. Man lässt sich ineinander inspirieren. Ich glaube, es ist einer der Erfolg vom Valley, dass viele Mitarbeiter wechseln ja von einem Unternehmen ins andere und die Ideen fließen halt schnell hin und her. Aber man kann halt nicht nur kopieren, sondern muss halt praktisch was draufsetzen und was Neues draus machen und so verbessern sich die Dienste und so verbessert sich das Web und Mobile und so. Generell diese Argumentation, ich gründe was, was in Amerika schon erfolgreich ist und dann kauft es mir garantiert jemand aus Amerika ab. Würdest du sagen, macht diese Argumentation Sinn oder sollte das keine Motivation sein, irgendwas zu starten? Man kann es jedem das Seine. Es kommt darauf an, was man erreichen will. Ich bekomme natürlich in Deutschland die Diskussion viel mit. Warum haben wir kein Skype oder ein größeres Internetunternehmen, was auch international erfolgreich ist. Und mein Vorschlag ist halt so, ich finde, dass die Israelis das ganz gut machen. Die haben halt den Vorteil, dass Israel so klein ist. Die haben nicht irgendwie, das ist nie realistisch oder nie interessant zu sagen, wir machen jetzt den israelischen Markt und dann expandieren wir ihn nach Libanon und Italien. Die sagen halt von vornherein, wir gehen gleich in die USA, bekommen dann häufig auch die Finanzierung in den USA. Ich habe gehört, dass israelischen Startups mehr Finanzierung bekommen als alle deutschen und französischen zusammen, obwohl es natürlich ein wesentliches Volk ist. Insofern, ich denke, die Variante wird in Deutschland noch nicht häufig genug genutzt, dass man praktisch gleich zumindest ein Teil des Gründungsteams und vor allem der Geschäftsführer direkt in die USA geht. Entwicklung kann ja in Deutschland bleiben. Das ist eine Variante, die, glaube ich, häufiger genutzt werden sollte, wenn man wirklich versucht, irgendwie was Großes aufzustellen, hat man, glaube ich, größten Erfolg schon zu tun. Dass die innovativen Dinge gleich in die USA rübertragen. Genau. Und man hat ja, wie gesagt, man kann es ja ausnutzen, in sehr schmiedlichem Valley gute technische Teams zu finden. Das ist wirklich Mangelware. Die werden von Facebook, von Google, von LinkedIn, von Ebay, von Yahoo, von allen, Yelp immer rekrutiert. Ist halt relativ schwierig. In Deutschland hat man eventuell einen Vorteil, wirklich gute Techniker auch zu haben. Das andere, was ich denke, was ein wichtiger Unterschied ist, dass viele amerikanischen Gründungen von Technikern gegründet worden sind. Während ich hier, meistens zwei BWLer machen das und die holen sie dann irgendwie jemand, der baut es halt. Aber das führt, glaube ich, auch, ist auch ein Grund, warum es nicht so richtig innovativ ist, weil die Innovationen kommen manchmal aus der Technik eher. Kommt das irgendwie, ist es einfach so, dass das nicht gut funktioniert in Deutschland, dieser Austausch zwischen technischen Universitäten und BWL-Unis oder so? Oder warum, warum, Deutschland ist ja eigentlich nicht doof und auch Innovationstreiber in einigen Dingen. Und irgendwie hat man immer so das Gefühl, im Internet klappt es nicht so richtig. Was glaubst du noch an das Licht? Also ich bin kein Experte, was jetzt, was für Strukturen eventuell geschaffen werden müssen. Ich glaube auch, der Staat kann relativ wenig machen. Man kann natürlich was versuchen, muss ja irgendwo anfangen. Aber ich glaube, also ich versuche auch diese Message rauszubringen, um Techniker zu inspirieren, ruhig mutig zu sein und selbst zu gründen und sich nicht sozusagen von den BWLern bevormunden zu lassen. Und das, ich denke, sobald die ein paar Beispiele haben, dass die Menschen auch mehr machen. Aber ich versuche, das so ein bisschen zu animieren. Okay. Generell nochmal so zu deiner eigenen Geschichte zurück. Du hast LinkedIn mitgegründet, bist raus. Hast du das irgendwie jemals ein bisschen bereut, da jetzt raus zu sein? Es läuft gut. Ist das ein bisschen schade für dich? Ne, ich bin ja immer noch sehr involviert mit der Firma und ich bin aber auch allgemein Person. Ich gucke immer in die Zukunft. Manchmal vielleicht zu viel in die Zukunft und ich gehe doch in die Gegenwart. Aber in die Vergangenheit gucke ich eigentlich fast gar nicht. Das war halt zu dem Zeitpunkt so, ich hatte so nach drei Jahren, hatte mich einer kontaktiert auf LinkedIn. Ich habe immer ein Profil unten stehen, wenn jemand ein Unternehmer ist und ein Freund eines Freundes ist, können sie sich gerne mal mit mir treffen, wenn sie Feedback suchen. Ja. Und das hat er auch wahrgenommen, kam halt über einen ehemaligen Kunden und hat sich gemeldet und es war eine interessante Person. Und so über ein Jahr war ich im Advisory Board und dann irgendwann hat er gesagt, willst du nicht jetzt Vollzeit bei uns mit einsteigen? Und ich habe das Gefühl, nach vier Jahren LinkedIn war mal interessant, was Neues nachzudenken und es hat mir viel Spaß gemacht. Wir hatten auch, wir hatten sehr viel Erfolg bei der Gewinnung neuer Nutzer. Wir sind also innerhalb von einem Jahr auf zehn Millionen registrierte User gekommen. Bei der Modernisierung hat es halt nicht so gut geklappt. Wir haben schon festgestellt, dass es mehr so B2B, B2C. Dann haben wir es halt verkauft. Also der zweite Teil war nicht so erfolgreich, aber man lernt immer was dazu. Ja, ganz genau. Du hast selber gesagt, du guckst eher in die Zukunft und nicht in die Vergangenheit. Was steht denn an in der Zukunft bei dir? Wie geht es weiter? Ich habe immer so verschiedene Ideen und ich habe jetzt natürlich die Gelegenheit, die etwas leichter umsetzen zu können, wenn man schon Erfolg hat. Und was ich versuche auch auszunutzen ist halt, gerade im Web ist es, dass die Investition sehr niedrig ist. Man kann also Sachen wirklich selbst ausprobieren. Sobald man nämlich Investoren reinnimmt, ändert sich das Ganze von der Dynamik. Es ist nicht, dass Investoren schlecht sind, aber wenn man es so praktisch selbst finanzieren kann und im Team zusammenarbeitet, kann man sich mehr darauf konzentrieren, was will der Kunde, wie bringen wir es zu einem Business und muss sich praktisch mal gucken, wie mache ich da einen 100-Millionen-Dollar-Umsatz in vier Jahren, was halt von Budget Capitalist erwartet wird. Und so kann man halt ein bisschen mehr rum experimentieren, das ist mehr so bottom-up. Und ich denke, das ist so, wie gesagt, Jackstone nimmt immer halt umgekehrt, weil halt mehr, wir haben ganz klar gesagt, das wird ein riesengroßer Markt, eine Menge Geld für hohe Validierung aufgenommen. Jetzt mache ich es mal so ein bisschen mehr bottom-up als die top-down. Ja, alles klar. Ja, ich wünsche dir ja dabei und bei allen anderen Dingen viel Erfolg und danke dir ganz herzlich fürs Interview. Ja, dankeschön. Ciao.